Mach es dir gemütlich, setze oder lege dich dabei hin und achte auf deinen Atem. Und während du atmest, stelle dir vor, wie du frühmorgens in den Wald gehst und all die Geräusche und das Gesang der Vögel wahrnimmst, und spüre dabei, wie du immer mehr in dir, in deinem Inneren ankommst. Lass dich von der Natur begleiten, auf der Reise in dein Inneres. Und irgendwann wirst du fühlen, wie der Herzschlag der Natur mit deinem Herzen gemeinsam schlägt. Lass dich von der Natur mit deinem Herzen 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020